Einen wunderschönen guten Morgen, es ist wieder Vlogging Time und somit geht es für mich mal wieder zu einem, kein Mittelaltermarkt, oder ist schon ein Teil von einem Mittelaltermarkt, aber zu einem Ritterturnier in der Nähe von München, wir fahren da circa zweieinhalb Stunden hin und ich bin mal gespannt, wie der vor Ort so aussieht. Und ich nehm euch natürlich mit, viel Spaß mit dem heutigen Video. Oha, shit. Stefano. Neppelmuck. Wir haben Kinderprogramm. Oh. Sag nichts Falsches. Ne. Bei meiner Ehre, so etwas habt ihr noch nie gesehen. Von Zahno. Ja. 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 Ich hab schon ein paar Fotovideos für euch gemacht und ja, es geht natürlich auch noch weiter. Es ist aktuell circa zwei Uhr. Es gibt gleich einen Umzug, den film ich euch mit. Ja. Ja. Und danach schauen wir mal weiter, bei E2 läuft. Ja. Das, was ist der Film. Ja. 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 Wir haben noch zu sagen, viel Spaß bei den Ritterspielen! So, wir waren hier gerade beim kalten Werder-Gitter-Turnier. Anzwischen habe ich euch nicht viel eingeblendet und ihr geht dann auch schon nach Hause. Wir sind wieder zu Hause. Heute war der Kalten Werder-Ritter-Turnier. Kleiner Vlog von mir. Es war ein sehr schöner Tag. Ich konnte euch auch nicht alles zeigen, weil ich möchte euch natürlich auch, dass ihr selber dahin geht zum Kalten Werder-Ritter-Turnier. Ich wollte euch hier ein bisschen Eindrücke einblenden. Schaut einfach auch die Homepage von Kalten Werder-Ritter-Turnier. Wir haben echt selber bezahlt das Ticket. Das einmal nur noch mal gesagt zu haben. Ich habe keine Liedenleistung bekommen. Aber trotzdem aus meiner eigenen Sicht möchte ich einfach ein bisschen Werbung machen. Schaut einfach selber mal vorbei. Und ich schau mal, wer was von mir wollte. Okay, ist nicht wichtig. Und somit sag ich von dem heutigen Tage. Schönen Tag, macht gut, bleibt gesund. Und tschau tschau. Bye, bye. Bye, bye. Mal sehen, laut. Und jetzt, bis jetzt kurz besser. Hauptsamt habe. Bis zum nächsten Mal.